Wie ist Schimmel-Konzertflügel für unsere Konzertreihe, für CD-Produktionen und auch für den Verleih? Wir sind Schimmel seit vielen Jahren eng verbunden. In unserem Auswahlsaal nutzen wir Schimmel-Konzertflügel für unsere Konzertreihe, für CD-Produktionen und auch für den Verleih. Das Feedback der Künstler, die auf unter anderem unserem Schimmel K280 konzertieren, ist durchweg positiv bis begeistert. Bei CD-Produktionen hat sich die Stabilität dieser Instrumente unter dem pianistischen Zugriff über acht oder zehn Stunden als ganz ausgezeichnet erwiesen. Eine Nacharbeit über so ein Produktionswochenende ist nahezu fast nicht nötig. Das spricht für Qualität, das spricht für Stabilität und das macht uns als Klavierbauern das Leben an dieser Stelle auch durchaus leichter. Das ist das für ein Produktionszuschimmel.